Hallo, mein Name ist Patrick Geppert. Mein Name ist Florian Papst. Und wir zeigen euch heute, wie es bei uns im Philadelphia Soul aussieht. Unser Tag beginnt um 11 und wenn ihr Lust habt, schaut doch einfach mal rein. Ich komme sehr gerne her, weil es hier wirklich das beste Essen gibt. Weil ja erstens die offene Küche ist und man genau sehen kann, wer was für einen kocht. Ein junges, aufgeschlossenes, gutes Team. Macht Spaß. Bei uns herrscht eigentlich das Hamburger Sie vor, das Hamburger Du. Das Besondere an unserer Küche ist, dass wir kreativ mit frischen Produkten in einer lockeren Atmosphäre den Leuten einen tollen Abend bescheren. Den Service fand ich erstklassig. Ich fand den sehr aufmerksam und sie merken sich sogar Vorlieben. Der Service ist klasse. Unaufdringlich, sehr charmant, sehr zuvorkommend. Fühle ich mich immer gleich wohl. Wenn die Gäste mal bei mir auf der Karte nichts finden für sich, dann fange ich halt das immer andersrum an und sage, was kann ich denn für euch tun? Ja, also was mögt ihr denn am liebsten? Was kann ich euch denn kochen? Und wenn da einer sagt, er hätte gerne Pasta mit Tomatensauce, na dann mache ich die halt. Immer wieder neue Kombinationen. Es macht wirklich Spaß aus der Liste auszuwählen. Ich komme auch deswegen gerne hier hin, weil ich das Gefühl habe, für mein Geld wirklich was zu bekommen. Reelle Leistung für ein reelles Geld, also ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Das macht einfach so viel Spaß, die Jungs zum einen bei der Arbeit zuzugucken, weil sie wirklich was können. Ich finde es wichtig, dass man, wenn ein Gast kommt, dass man den begrüßt, dass man sagt, hallo toll, dass du hier bist. Und ich finde es wichtig, dass wenn er geht, dass man ihm sagt, danke, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Komm gut nach Hause und bis bald. Abends ist das Ganze ein bisschen entspannter und wir können uns mehr Zeit für den einzelnen Gast nehmen. Im Sommer könnt ihr entspannt auf der Terrasse sitzen, mittags wie abends. Zusätzlich bieten wir für euch noch Caterings und Kochkurse an, die wir auch gerne bei euch zu Hause machen. Ich würde mich freuen, euch bald als Gäste und Philid of Soul begrüßen zu dürfen.